Neue Bahnverbindungen in Bayern. Zum Start des Winterfahrplans gibt es bei der Bahn neue Verbindungen nach Holland, Italien und in die Schweiz. Tickets für die neuen Verbindungen können ab kommendem Mittwoch gekauft werden. Außerdem wird die Vorbuchungsfrist von sechs auf zwölf Monate verlängert. Sparfüchse können also jetzt schon Tickets für die nächsten Sommerferien buchen.